hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge und und wir werden uns in dieser folge mal ein bisschen weiter der story widmen dafür werde ich aber ein bisschen hier und da noch umhacken denn wir brauchen ein paar dämpfe nicht dass wir eine pickaxe machen können hier können wir nichts machen wenn wir nichts dran nicht ein bisschen ich würde sagen wir lesen dass dunkel dann einmal bis zum morgen schlafen und ist nicht vergessen nix machen sind alle weg und geht es einfach los wenn man unterwegs nix ist ja hier nix wunderbar nehmen wir mit können wir direkt was von trinken Und dann geht das mal kurz in den Trees. Und machen? Doch. Warten. Dann choppen wir den hier einmal. Den Bananen. Den wir mal. Den sauchen wir dabei. Und trinken würde ich. Alles ohne Probleme. Nehmen wir jetzt nämlich diesen Punkt hier vorbei. Ich sehe zwar nichts, aber wir wüssten ja, dass hier nichts interessantes ist. Und wir werden dann... Nein? Wir müssen ja sowieso, glaube ich, hier hoch, ne? Wir wissen noch nicht, in welche Richtung wir müssen. Aber ich denke mal, wir müssen hier hoch. Auch noch ein Piece. Set of Tools haben wir noch nichts. Und wir haben noch zwei interessante Orte. Nicht mal so viel. Also, wir sind fast durch mit der Map. Das ist natürlich nicht fies mit Inseln draußen. Da hinten müssen wir hin. Dafür brauchen wir aber ein Schiff. Deshalb werden wir jetzt irgendwo uns hier an der Seite, vorne, Nordseite, Ein schönes Basteln, damit wir weiter rauskommen. Sehr klar. Er ist ja doch nicht weg. Hier? Äh, was kriegen wir draußen? Geht los? Brauch ich nicht. Da sind die Boote. Ist eigentlich ein schöner... Bisse? Komm her. Das ist eigentlich im Nachhinein ein schöner Anhaltspunkt. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen hier rum. Dann würde ich tatsächlich da rum gehen. Wir müssen nur essen. Kann mal hier ins Obsidian-Deposit rein schnuppern. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt noch nicht hin. Mit sich. Das ist wirklich ein kleines Geist. Kommt drauf an. 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 Orange-Tree für die Onium. Noch nix. Bantenplätze. Wieder ein Depositives. Und kein Suitable-Tool. Nicht schlimm, wir haben gerade was gekriegt. Jetzt? Mein Obsidian mit einer Pig. Liefs hier noch mitnehmen, die brauchen wir. Dann geht's jetzt zum Strand. Und hier machen wir jetzt fertig. Wir craften jetzt unser kleines Dock. Ich glaube, nicht die beste Idee ist, das hier zu machen. Da ist unser einsamer Rock. Die Ecke, gehen wir da vorne hin. Mehr geht nicht. Noch mal hier Mapping, dass ich dann anders finde. Okay. Da müssen wir hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können da nicht hinschwimmen. Halb. Werden wir uns jetzt hier im Schatten irgendwelchen überstehenden Felsen oder so, der uns ein bisschen Schutz bietet. Ja. Hier. Wir machen uns ein Bett. Hier hin. Wo das Bett hier ist. Vielleicht auch einfach. Felix. Rauchsignal. Marke Location. Okay. Set of Leaves. Oreno Pest Nossal. Aber Wind. Wind ist nicht schlimm. Hammer. Auf dem Haus. Was? Im Feiern. Gutes. Marke Location. Pest. Wind und Reins hier. Boden stellt Auf Dann noch Crafting Crafting Maschinen eine reguläre Workbench. Brauche ich jetzt Stöcker. Stöcker ist kein Problem. So, mal gucken, was hier unten so abgeht. Immer noch so ein bisschen Bammel, dass sie irgendwie Hei oder so sind. Sonst könnte ich legit mir einen Puma-Trank reinpfeifen und einfach zur nächsten Insel schwimmen. Da hinten ist aber definitiv drin. Oben ist es aber nichts. Ne, nichts Spannendes. Dann geht's wieder. Da raus. Da sind mir auf jeden Fall ein paar Muscheln. Geht das? Jo. Männer noch. Komm, ein Stocki da. Eine würde ich, äh, auch nehmen. Komm, war kaputt. Auch. Dann haben wir noch ein paar mehr Stöcke. Schnell wieder zu meiner Workbench. Big X machen und dann da oben das Ding meinen. Bild. Ähm. Bild. Oh Gott. Hier brauche ich noch Steine. Und Leak hat da. Zack. Den gibt noch Vernerven da. Hinter was? Ja, ne? Stumpf. 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 Haben wir hier. Den haben wir. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Ich sag doch, es gibt. Haben wir. Auf jeden Fall eine Pickaxe. Wenn man die macht. So ein Pickaxe. Nein. Wann habe ich das rausgezogen? Wo ist das? Hm. Ja, gerne. Kann man Buffalo portion. Living Water. Death. Und. Kann auch machen? Kann ich mehr machen. Mit dem hier. Aber der Goal des brauchen ist halt hier Long Handle. Den mache ich aus dem Big Branch. Okay. Und Steine brauchen. Wir laufen zum anderen Lager zurück. Holen das Zeug und kommen wieder zurück. Kann ich schneller gehen. Okay. 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 Hier hast du irgendwo Steinchen. Ah. Alles? Und? Hm? 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 Wir haben doch jetzt gleich irgendein Scheiß. Das ist hier. Da auf dem. Und Steine machen. Noob. Ah, hier der flexibler. Hier. Haben wir nix. Und dann wieder zu. Shit. Braucht ihr alle. Wie hart überladen sind wir? 20 Kilo. Unangenehm viel. Hopp. Snake Poop. Forte inne. Nehmen wir einfach mal. Aber, wir haben die Orangen. Neunachs können wir destroyen. Droppen wir da. So. Oh, wir sind ein ganzes Kilo leichter. Äh, drop? Auch nicht. Mal kurz ins Director Book. Wenn wir irgendwas voran können. Mehr tragen. Ne, ne? Oh, okay. Okay, finde ich gut, nehm ich. Ich muss was loswerden. Ich meine, das Fehligste, was wir haben, sind zum Beispiel die hier. Immer. So. Und halt leider die Steine. Oh, komm zurück. Oh, komm zurück. Okay. 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 das mache ich intensiv dann zwischen den folgenden nicht ist dann hier mal wollte der mich anzeigen dass ich dann und er sollte mir das schon anzeigen dass ich dann so bei den anderen ja so viel steinchen händchen bauen hätte ich gerne eine gerüstete krabbe frühstück gestern das trocken wir mal das trocken wir mal was brauche ich doch schien die skinner reguläre wird 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 item aus dem hier in der carpentry Maschinen Apprentry Mensch So Dann alles adden, was ich hab Dann Dann kriegen wir so Ja, klar Noch Nochmal ne Dropback Ja, ne Und war los Abstehen Maschinen Hm Kart hätte ich Brauche ich dafür Apprentry Einzige Item Redlock Einzige, was ich brauche Das Ding Weißt Noch ein paar Sachen hier, lass Oh, what Was war Cure rank Cure 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 Cool Nicht Schimmel das mag ich brauche idean trocken wir jetzt in den dschungel holen pallian baue hier so ein bisschen auf dass wir in der nächsten folge dann kleines häuschen haben was ein kleines lager und wird dann hier ein schiff ausfahren kann ich mich fürs zu sehen und eventuell mache ich das sollten als non speed bild wenn ich sie was in der nächsten folge danke fürs zu sehen bis zur nächsten folge und ciao